Wenn man jemanden nicht vor dem Tod rettet, ist man dann was wert? Wir wollen doch alle einfach nur glücklich sein, weniger ängstlich. Die Frage ist nur, wie gelingt uns das? In Wahrheit bist du nämlich der Starke. Ich glaube daran, dass du unsere Boje bist, dass du unsere Rettung bist. Du bist das Schönste, was es gibt. God lives in a mysterious way. Rovang wird geschlossen, weil nicht genügend Leute in die Kirche kommen. Er spricht hier über die Kirche meines Sohnes. Vielleicht geht es darum, dass das das Einzige ist, was wir von ihm bleiben. Wir versuchen an dem festzuhalten, wie wir waren, obwohl es uns, wie wir waren, auch nicht mehr gibt. Da ist eine Botschaft. Er sagt, dass du es gut machst. Und lass nicht zu, dass eure Trauer die Familie spaltet. Jetzt hat sie sich ausgedacht, dass ich überhaupt Lisa mit Anton zu tun haben soll. Sie ist nicht sie selbst. Wie flirtest du mit mir? Nein, miche. Lass es einfach. Tiefe Atmer predigen? Wenn du Christus wählen kannst? Ich bin kein Pfarrer. Du bist fast ein Pfarrer. Ich glaube nicht an Gott, Walid. Du warst eh nur eine gute Muslimin. Das heißt, du von ein paar Runden mit mir, wo du volle Kanne zuschlagen kannst? Ach jetzt! Du musst anfangen, darüber zu sprechen. Wir sind nicht geschaffen, uns selbst zu heilen. Wir sind geschaffen, einander zu heilen. Wir sind geschaffen, einander zu heilen. Deine kinder. Ich bin leider zu nemen. Untertitelung des ZDF, 2020